Hallo, ich bin Jens Herr Christ, verantwortlich für die Kanalvorstellungen bei ichbinchrist.org. Und wir haben uns für euch mal heute den Kanal von der Kanzlei Wilde Beuger und Solmecke angeschaut. Uns ist dabei aufgefallen, dass Christian Solmecke rechtliche Fragen einfach und verständlich erklärt. Und dabei geht er auf Fragen ein, die eigentlich jeden Internetbenutzer betreffen. Das kommt auch daher, dass er auf Benutzerfragen eingeht und diese beantwortet. Wenn es aktuelle Rechtsentscheidungen gibt, dann erklärt er, was diese bedeuten. Auch macht er hin und wieder ein Interview mit besonderen Gästen. Und wir finden, es ist ein empfehlenswerter Kanal. Besonders, wenn du dich dafür interessierst, was dir passieren kann, wenn du in Internet unterwegs bist. Und wenn du diesen Kanal verfolgst, dann wirst du mit der Zeit lernen, worauf du achten musst, damit man dich nicht übers Ohr hauen kann. Damit du nicht auf irgendwelche Abmahnen-E-Mails reinfällst, weil du dieses oder jenes Lied in Internet runtergeladen hast. Und wenn du einen Anwalt im Bereich Medienrecht brauchst, dann ist es bestimmt auch ein richtiger Ansprechpartner für dich. Ich hoffe, dir hat diese Kanalvorstellung jetzt gefallen. Einen Link zum Kanal findest du unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen und Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Einen Link zum Kanal Einen Link zum Kanal